Als Kunstschaffende ist mir die Möglichkeit, frei zu entscheiden, sehr wichtig. Ich vertraue den Bäuerinnen und Bauern, dass sie am besten wissen, was für ihr Ackerland und ihre Tiere am sinnvollsten ist. Auch die Konsumenten sollen selber wählen dürfen, welche Produkte sie kaufen möchten. Die Extrem Agrarinitiativen schenkt in meinen Augen die Freiheit stark ein. Mir liegt der ökologische, soziale und nachhaltige Lebensmittelproduktion am Herzen. Deshalb stimme ich am 13. Juni zweimal Nein.